Willkommen zurück zu Stick War Legacy. Ja, die letzte Folge in der wir die Kampagne durchspielen. Es gibt halt noch drei weitere Möglichkeiten vom Schwierigkeitsgrad, aber mache ich nicht. Das wäre euch auch, glaube ich, viel zu langweilig. Also machen wir weiter. Letztes Gefecht. Letzter Kampf. All deine Feinde haben sich verbündet und geschworen, dich zu vernichten, weil du ihnen ihre Länder genommen hast. Deine beste Chance ist es, alle Technologien einzusetzen, die du auf deinem Eroberungsverzug gegen sie errungen hast. Ah ja, die, ähm, die Bergarbeiter mit den Skins sehen cool aus. Oh. Und die Forst. Oh. Defend. Schinken wieder, welche los? Schinken wieder, welche los? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aha, er wird's enden... Oh, wow. Ähm, Tab? Nicht aufessen. Oh, in your face. Tod. Den Typen mag ich. Er kommt dahin und zieht alle ab. Nice. Wir haben's geschafft. So. Dankeschön. Reicht auch. Versuchen wir mal das und das. Ich glaub, den Endlos-Modus mach ich in der nächsten Folge. Schwierigkeit. Normal. Bergarbeiter. Schwertzorn. Bonus von 10%. 20% schneller gebaut. Ja, moin, dann nehm ich das. Weiter. Gegen Ruth kämpfe ich. Nice. Barrikaden ein Haufen, Felsen stehen zwischen dir und deinem Feind. Dezimiere ihn, um daran vorbeizukommen. Okay. Okay. Ich hab 15 Punkte. Ja, dann mach ich erstmal die hier voll. So. Fertig. Good luck, my dear. I hope you win. Ähm, viel Glück. Mein kleiner, ich hoffe du gewinnst. Oder so ähnlich. Ah, das meinen die mit Barrikade. Okay, dann muss man die erstmal kaputt machen. Das ist gut. Dann werde ich nicht dauernd überfallen. Während ich noch am Abbauen bin. Das ist gut. Because of all die Nicht-Leute. Ich habe in Ordnung, ich denke, auch in Ordnung. Das ist gut. Dann habe ich noch an der Gereine kennenzeligen. Das ist gut. Ich bin so. Das hat sich um Liebe zufrieden, ich würd sagen ja nur Schwerzaun wäre nice Zeit zum angreifen, unsere Truppen sind dem Gegner zeilenmäßig überlegen Nee, die sollen erstmal die Barrikade kaputt machen Okay, okay, jetzt kann ich keine mehr ausbilden Oh, die Schilde sehen gut aus Die da Greift sie gar nicht an Hallo Omi, angreifen Okay, dann mach ich das wohl jetzt Zwei, eins und Go What does this do? Was macht das? Oh Sie hat irgendeine Fähigkeit gerade aktiviert Nein Meine Bergarbeiter Bin niedergeschossen Werdig machen alle Ja, los weiter Well, this was very enjoyable I think it's time for My Knotty Ähm Diese Videospiele können so, ähm, aufregend sein Ich denke, ich, äh, halte mich an mein Strickwerkzeug Oder so ähnlich, ich bin nicht so gut in England Da hab ich vergessen, das fehlerlos zu machen Jetzt hab ich's ausgemacht Zane Super Deathmatch Du erhältst alle 60 Sekunden neues Gold Sofortiges bauen Okay Ja, würd ich sagen, erstmal das wieder verbessern Oh, ich hab mehr Punkte als vorher Ähm Ja, geschafft Ich glaub, das wird ne längere Folge Ich werd jetzt das ganze Turnier machen Um Use this gold to build an army More coming in one minute Let's go this GL Um Ja Good luck Ja Bis zum angreifen Unsere Truppen sind im Gegend, ja, zahlenmäßig überlegen Ja, genau, das sind zwei Riesen Oh, mein Ja, mein Ja, mein Wie, wie soll ich das schaffen? Alter, es sind so viele Leute auf der Welt. Das ist doch Augentrebs. Ah, Hilfe. Hier ist ein Gold, das letzte Goldgift kommt in einem Moment. Das brauche ich nicht mehr, Opi. Ich mache gerade die gegnerische Basis platt. Oh, Hilfe, braucht sowas schon. Alter, es leckt ein bisschen. Es leckt ein bisschen. Nur ein bisschen, aber... Die stehen da nur rum. Hallo, macht die Statue mal kaputt. Und? Alter, geht das schnell runter. Geht das schnell runter. This is getting sketchy. Das wird, ähm... Keine Ahnung. Don't worry, I'll land on both feet. Ähm, sorge dich nicht, ich bin auf beiden Füßen gelandet. Oh, und ich brauche noch einen Gewinn für die... Ähm, für die Kiste. So. Cruise. Beide Teams starten mit einer riesigen Menge Gold. Okay. Ich würde mal sagen, selbe Taktik. Los geht's. I play even better than I look, and I look darn good. Ähm, ich spiele besser, als ich aussehe. Und ich sehe echt gut aus. Selbst Lob stinkt. Hat mir neben das nicht beigebracht? Oh, direkt Riesen angefordert. Ja, moin. Oh, ähm, ich muss mal kurz weg. Bis gleich. So. Es gab eine kurze Störung. Jetzt geht's weiter. Oh. Ähm. Kann es sein, dass... Dass der Typ da, ähm... den Riesen gerade steuert? Sieht mir ziemlich so aus, weil da halt ein Stern drum war. Und kann sein, dass sie gerade... immer weiter an meine Basis vordringen, oder? Ach ja. Ja. Weiter geht's. Und dann 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 geht's. Ich glaube, ich verliere das. Rückzug. Well, you can tell your friends you've got to play with me and you can tell your friends you've got to play with me, but I don't know. Okay, we verlieren das. Mist. Thanks, I'm gonna tweet this. Hashtag irgendwas. Danke dir. Ich werde das tweeten und besiegt. Es gibt immer noch eine Chance, die Krone von Inner Mord da zu gewinnen. Nein. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir uns den Endlos-Tode-Modus ansehen. Und, ähm, ja. Bis zur nächsten Folge. Haut bis dahin rein. Und tschüss. 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 Tschüss.